Musik Ich las kürzlich einen Artikel über einen bekannten geistlichen Leiter und der Autor schrieb ständig von Milieu. Milieu. Er schrieb also, dass dieser Leiter in einem bestimmten Frömmigkeitsmilieu aufgewachsen ist und dass er die Glaubensüberzeugung dieses Milieus übernommen hat und so weiter. Ich dachte, das ist eine komische Sichtweise, Milieu. Dann habe ich mal nachgeschaut, was das eigentlich bedeutet, Milieu. Und ein Milieu bedeutet, das sind die Bedingungen und Gesetze, denen eine Gruppe ausgesetzt ist. Irgendeine Gruppe. Wir Menschen lieben es ja, solche Kistchen zu schaffen, wo wir dann irgendeinen Namen draufschreiben und sagen, das ist das Milieu sowieso und da stecken wir Leute rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aus welchem Milieu kommst du denn? Vielleicht landeskirchlichem Milieu, freikirchlichem Milieu, evangelisch-freikirchlichem Milieu, baptistisch, methodistisch, brüdergemeindlich, pfingstlerisch, charismatisch oder was auch immer. Aus irgendeinem Milieu kommst auch du. Und ganz schnell sind wir in einer Kiste drin, da steht dann drauf charismatisch. Und mit diesem Milieu möchten dann bestimmte Leute nichts zu tun haben und du hast dann dein Stämpelchen weg. Ich will dir was sagen. Das ist alles Unsinn. Ich will in einem einzigen Milieu leben und das ist das Milieu des Königs, der Könige und des Herrn, der Herren. Das Milieu des Reiches Gottes. Das, wo er der Boss ist und die Gesetze und Regeln und Maßstäbe vorgibt, wo er den Kodex setzt. Wir finden beispielsweise die Aussage, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Das steht im Hebräerbrief. Das richtet sich an das Volk Israel, aber das ist etwas, was auch für uns gilt. Das ist etwas, was das Milieu des Volkes Gottes ist, des Reiches Gottes ist. Vielleicht leidest du darunter, dass man dir diesen Milieustempel aufgedrückt hat, wie diesem bekannten geistlichen Leiter, der einfach in der Kiste war, weil er gesagt hat, der kommt aus diesem Milieu. Ich sage dir eins, schüttel das ab. Im Reich Gottes gibt es diese Dinge nicht. Im Reich Gottes gibt es dich und einen liebenden Vater, der dich annimmt und deine Schuld vergibt. Ich lade dich ein, schüttel all diese Dinge ab, die dich so brandmarken, die dich irgendwie belasten, die dir irgendwie andere Leute gegeben haben und dich so abgestempelt haben. Tritt voller Freude ein in das Milieu des Reiches Gottes, wo du sagst, ich bin ein Kind Gottes und alles andere interessiert mich herzlich wenig. Ich glaube, dass du dort wirklich noch viel Freiheit erleben kannst. Und ich glaube, Gott hat mehr für dich.